Musik Da will Sie jemand ganz dringend sprechen. Dieser jemand hat uns dafür bezahlt, dass wir Sie zu empfehlen. Wir machen nichts ohne Geld. Sie müssen schon mitkommen. Wer will mich sprechen? Wir kennen den Herrn nicht. Dann machen Sie keinen Ärger. Ach, so ist das. Ich möchte, dass Sie eine für gewisse Kreise sehr einflussreiche Persönlichkeit nach Europa bringen. 10.000 Dollar? Tja, ich fürchte, ich kann dieses Angebot gar nicht ablehnen. Bravo. Wenn du erst mal mit der Lungenfäule auf der Schnauze liegst, ist es zu spät. Wenn wir die Seuche an Bord haben, dann ist es sowieso zu spät. Da muss man den Herd erkennen. Die Person, die die hier eingeschleppt hat, die isoliert werden muss. Ja, wer sagt uns, dass es nicht dieser feine Pingel ist, der im Gästelogie kampiert. Ich bin nur der Besitzer dieses Schiffesrechenschafts-Holdig. Also verschwinden Sie. Ich hole jetzt meine Kameraden. Sie haben drei Minuten Zeit. Wenn Sie bis dahin nicht am Deck sind, dann holen wir Sie uns. Sind Sie verrückt geworden? Wo haben Sie das Gewehr her? Dann legen Sie sofort die Waffe weg! Erst wenn Sie uns erzählen, was eigentlich los ist! Halt nicht aus allem raus, Junge. Wir kriegen unser Heuer und machen unsere Arbeit. Wir kriegen unser Heuer und machen unsere Arbeit.